What's poppin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar habe ich wieder Becks bei mir. Hey, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du fast in fast jedem Video von mir zu sehen bist mittlerweile? Ja, schau. Ich hab was. Warum wohnen wir zusammen in der Stadt? Funktioniert das auch? Ja, gell? Ja. Schauen würde ich die ganze Zeit einfach da und gehen nicht mehr nach Hause. Und zwar haben wir uns überlegt. Becky hat, ähm, Becky ist einfach ein Engel. Becky organisiert immer alles. Becky hat Kinderpunsch gekauft, den mache ich jetzt gleich warm. Dann machen wir Orangen und Zimtstangen rein. Was ist das? Das sind die Zartbilder-Dinger. Ich habe da nicht so viel mitgenommen, weil die magst du ja nicht. Und die Anpackung habe ich rot zu Hause gelassen, also der Rest davon. Ach, und die sind extra für mich? Ja. Ja, du magst nur voll. Oh, warum bist du so süß? Ich weine jetzt nicht. Hä, heute ist der dritte Advent, oder nicht? Seit Sondervier? Ja, wir machen das, weil heute der dritte Advent ist, willst du die Kerze anzütteln? Gestern war jemand hier und hat unsere, weil ich hatte ansonsten nichts vegan, die Plätzchen gegessen. Oh, du warst geil. Nee. Die Person hat so ein Plätzchen gegessen und dann so... Ich dachte auch so, ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß, die sind nicht so... Ach ja. Und dann so, hast du die gemacht? Ich so, ja. Die sind jetzt auch schon älter. Ja. Deswegen. Ja, was anderes veganes halte ich nicht zu Hause. Ja, genau. Das mache ich jetzt. Ach, fuck, ich muss erst den Topf sauber machen. Ich mache jetzt den Topf sauber. Ich habe noch gar nicht fertig erzählt. Ich mache jetzt den Topf sauber und dann mache ich den Kinderbunsch. Und Becky ist schon dabei. Ich habe nämlich einen Beamer bestellt von Ex-Jimmy. Ich verlinke euch das in der Infobox. Eine Sache, die schon mal richtig, richtig nice ist. Also so sieht das aus. Der Gerät sieht so aus. Ich kann das einfach auf ein Stativ stellen und festdrehen. Das wird so geil. Dann muss ich es nicht an die Wand machen. So, Becky liest sich da jetzt ein und ich mache den Kinderbunsch. Keiner, das wird absolut amazing. Ich habe heute ein Video gedreht, da wollte ich eigentlich so Fragen beantworten über Liebe und Beziehung. Und dann war die zweite Frage, wann wurdest du das letzte Mal so richtig verletzt? Und dann habe ich einfach eine halbe Stunde lang... Die darüber geredet und ich dachte so... Du hast mit dem Satz, mir ist das eine halbe Stunde gemeint und deswegen das Video dann nicht gedreht. Ihr wird nicht gemeint, okay? Ja. Ich weine nicht. Ich weine nie. Weine nicht. Wir über... Ich habe mir Wecker gestellt, dass sich meine Mama jeden Sonntag anruft. Dass ich es nicht vergesse, weil ich immer vergesse, was für ein Tag ist. Ja, dann haben wir die Anschluss. Ja, ich glaube schon. Guck mal. Becky, du bist die Technikbeauftragte hier in der Wohnung. Das kann ja was werden. Ich mache den Kinderbunsch jetzt hier warm. Jetzt kommen noch zwei Zimtstangen rein. Dann die ganzen Orangen. Dann ist fast wie selber gemacht. Wir pimpen den einfach ein bisschen auf. Komm raus hier. Becky stellt gerade den Beamer ein. Hä, wie krass. Der stellt sich einfach automatisch so ein, dass er sich anpasst. Ich habe gerade wie so ein kleines Kind dahinter. Wow. Ich bin wirklich impressed. Und die Qualität ist halt auch, obwohl es noch so hell ist. Guckt euch mal das an. Und vor allem, dass der auch die Größe so verstellt. Wenn ich ihn jetzt weiter weg tue, dann wird das Bild größer. Der ist halt super easy und nicht schwer. Also erstmal ist es so cool. Wir haben das jetzt einfach hier ins Eck gestellt. Und der richtet sich halt automatisch aus, dass es gerade ist. So sieht das Bild jetzt aus. Dann gibt es eigene Apps von X-Jimmy. Ich kann direkt mit meinem Handy. So wie wenn du YouTube einfach auf dem Fernseher machen. Oh mein Gott. Guck dir das an. Das sieht einfach aus wie ein Smart TV. Gucken ihr über Prime Video, oder? Ja. Okay, dann melde ich mich mal kurz an. Ha, wie groß ist... Damit ich das alles drauf bekomme. Ja, aber gut, dass wir den Fernseher weggemacht haben. Weil jetzt ist es wirklich riesig. Es ist wirklich riesig. Es ist wie im Kino einfach. Ich habe ein Homekino jetzt. Ja, voll. Jetzt komme ich... Geil. Jetzt fliegst du sowieso nicht mehr nach Hause. Du kannst auch hierbleiben, wenn ich nicht da abhebe. Kriegst du einen Zweitschlüssel. Bex, stell dich mal bitte daneben hin, damit man sieht, wie groß es ist. Aber es ist so crazy. Ja, voll. Und jetzt passt auf, ich habe nämlich noch dieses Ding hier zu Hause. Hey, Chips. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Die Nachbarn so, was haben die denn da gemacht? Was ist denn bei der schon wieder los? Und diese Qualität ist halt so geisteskrank. Und ich habe euch ja schon gesagt, dieses kleine Teil hier wiegt nur 900 Gramm. Das ist 19,4 cm auf 19,2 cm. Und die Breite ist 4,8 cm. Also richtig klein und kompakt. Und ihr braucht natürlich auch kein Stativ. Ihr könnt es einfach irgendwo draufstellen oder so. Und dieses kleine Teil hier schafft es, dass man 5 Meter Durchmesser Bild bekommt. Und guckt euch mal bitte an, wie krass scharf das ist. Also das ist echt... Das ist so krass. Ich komme gar nicht drauf klar. Ach, und übrigens haben wir auch herausgefunden, dass das Bild ein bisschen kleiner war, weil mein Fernseher eben da stand. Das bedeutet, ihr müsst gar keine Sachen wegräumen, sondern das ist so intelligent, dass es sich einfach an die Umgebung anpasst und das Bild halt dann dementsprechend so an die Wand projiziert, dass es halt passt. Egal, was da rumsteht. Ihr könnt zwischen 5000 Apps auswählen, was ihr mit diesem Beamer an die Wand projizieren wollt. Und, wie ihr hört, also dieses kleine Ding macht auch keine Geräusche. Also so gut wie keine Geräusche. Weil man hört es ja auch nicht. Moment. Und jetzt geht es los. Also und das ist auch der Sound, wie ihr hört. Es ist richtig laut und ich habe keine Soundboxen verbunden oder so. So, dann genießen wir jetzt unseren Filmeabend. Also es ist ein Dolby-Sound integriert in dieses kleine Ding. Das ist einfach nur 900 Gramm wie. Also wie gesagt, ich habe es euch in der Infobox verlinkt und wir genießen jetzt mal den Abend. So, es ist der nächste Tag. Ich habe den ganzen Tag nichts gefilmt. Ich komme jetzt erst dazu. Olga ist da. Wir machen wieder ab einem Kinoabend. Ein Kinoabend reicht mir. Ein Kinoabend reicht wirklich nicht. Wir haben uns Pizza bestellt und essen das jetzt kurz. Und dann geht es weiter Harry Potter gucken, weil es einfach letztens so geil war. So, good morning. Ich habe gerade alles ins Auto getragen. Mein Auto ist so voll wegen dem Shooting ja dann auch noch. Für mich geht es jetzt nach Bayern. Ich freue mich übertrieben. Ich habe heute Morgen schon mit meiner Mom telefoniert. Ich fahre jetzt los. Sechs, sieben Stunden. Kleiner Mann, wir liegen heute nicht auf meiner Blase, okay? Dass Mama schön durchfahren kann und nicht alle fünf Minuten anhalten muss, weil sie auf Toilette muss. Ist okay? Machen wir das so? Ja, Keksi ist auch am Start. Und Keksi hat versprochen, nicht auf meiner Blase zu liegen. Das ist wirklich schlimm bei mir. Das ist wie eine Blasenentzündung, aber es tut zum Glück halt nicht weh. Aber so muss ich wirklich, ich muss alle fünf Minuten auf Toilette. Aber meistens, wenn ich sitze, ist es noch ein bisschen besser. Ich weiß nicht warum, weil er dann irgendwie eine andere Lage hat. Aber ja, we will see, wie oft ich anhalten muss. Okay, ich habe überlegt, ob ich jetzt hier in Berlin noch tanke, aber ich wohne ja direkt bei der Autobahn da und das wäre voll dumm. Also es wäre ein Umweg von zehn Minuten, aber dann kann ich auch irgendwo auf dem Weg einfach kurz runterfahren und googeln, wo eine Tankstelle ist, die vielleicht nicht direkt auf der Autobahn ist. Ich denke, so werde ich das machen. Ich habe nämlich keinen Bock. Ich hasse tanken. Das ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht warum. Ich mag es einfach nicht. Keine Ahnung. So, jetzt ist die Müllabfuhr vor mir. Bedeutet, das dauert jetzt nicht. Oder ich fahre einfach ein bisschen illegal hin und raus. Next day, ich bin in Bayern angekommen und habe gestern noch mit meiner Mom praktisch geredet. Wir haben uns eine Pizza geholt von Massimo. Massimo, bestes Pizzastück in ganz Straubing. Lisa ist jetzt da und wir frühstücken. Lisa kriegt heute ihre Booster-Impfung. Loll. Und guck mal, was Lisa hat alles mitgenommen. Richtig cute. Du wolltest auch was haben, stimmt's? Stimmt's? Und ich habe eine Eier mitgenommen von uns zu Hause. Vom Hof. Ja, das sind Bio-Eier. Nein, Bio geht nicht. Wer soll denn das alles essen? Ja, ich habe ein bisschen noch Waffe. Geilo, ich sage jetzt mal, wo der Tee ist. Ich weiß es nämlich nicht genau. Ich muss es kaufen müssen. Du kannst aber auch einen anderen haben, schau. Nein, eine Münze. Tee, Toc, Narko, Schlaupte. Du magst ein Schlaupte? Echte. Bio-Minze, it is. Cool. Kamille gibt es auch, Grün-Tee gibt es auch. Nein, noch Münze. Okay, okay. Na, 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 na. Da, na, na. Da, na, na. Alexa. Manu. Hey. Haben wir hier die Tassen miteinander gehabt in Amsterdam? Ja. Schon, gell? Ja. Ich weiß auch nicht. Waren wir hier mal miteinander in Amsterdam, aber ja, Lisa und I waren so broke, dass wir einfach mit dem Bus 22 Stunden, na, wie lang? 24, 25. Auf jeden Fall über 20 Stunden mit dem Flixboot nach Amsterdam gefahren sind, weil wir uns anders nicht leisten konnten. Right. Das ist lustig irgendwie. Aber wir haben mal geschlafen und haben den besten Platz gehabt als wir hier. Das stimmt. Das stimmt. Ich mag das nicht, dass es so leise ist. Ja, das hat mein Handy aufgenommen. Na, das finde ich auch ganz schlecht. Ich bin jetzt einfach nicht gewohnt, dass es so still ist. Ja, ich hoffe es auch voll. Ich bin froh, dass meine Kinder doch nicht stressen, wenn sie es da lange machen. Aber komm mal schon. Mach das nicht. Schau. Tee ist fertig. Kucki, du hast was zum Essen. Schau mal, du verteilst es überall. Schau mal, Coco. Coco kann nicht richtig essen. Schau mal, Coco, das ist eine Hühnerfeder. Schau mal, jetzt fangen sie an. Jetzt fangen sie an. Fangen sie an. Jetzt fangen sie an. Oh, jetzt fangen sie an. Oh, mit Coco ärgert dich. Ja. Hallo, kannst du eigentlich mal richtig essen da? Schau mal, was du da treibst. Coco, schau mal, hast du schon mal grünes Eingeschen. Ist es grün? Lass dich auch mit Katzen rum. Breakfast-Table. Gönnen. Danke, du hast es jetzt nicht. Das war es mit dem Video. Ich setze mich jetzt gleich hier hin und schneide das Video, dass ich es noch hochladen kann rechtzeitig. Und dann starte ich schon direkt mit dem nächsten. So Weihnachtsvorbereitungen etc. Es wird tatsächlich nicht so viel passieren, weil in Bayern einfach 2G plus ist und ich halt nix wo hingehen kann. Deswegen passiert auch nicht so viel. Aber ich frage meine Mama auf jeden Fall noch, ob sie das Video mit mir dreht mit den unangenehmen Fragen. Hey Mama. Mhm. Traust du das Video noch mit mir die unangenehmen Fragen über mich beantworten? Muss das unbedingt vor Weihnachten sein? Ja, weil ich dann nicht mehr da bin. Ja, aber man sieht sich ja wieder. Ich muss viel tun. Ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.